Kling, Glocke, Bimmel, 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 Kling, Glocke, Bimmel, Bimmel. Kling, Glocke, Bimmel, 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 Bimmel. Hohoho, du feuriges, dampfendes Ross, bleib stehen hier vor mir. Rudolf hat schlapp gemacht, du musst mir mit deinem fahrbaren Wurstkessel helfen, die Geschenke nach Pottenstein zu bringen. Fahr zu, du Mann des dampfenden Rosses, es eilt, die Geschenke müssen geliefert werden. Untertitelung des ZDF, 2020 So, nun können auch in Pottenstein die Menschen ihre Geschenke bekommen. Danke dir, dass du mir geholfen hast. Und wieder einmal hatte die in Bayern verbliebene preußische T3 gezeigt, dass auch der Weihnachtsmann sich auf sie verlassen kann. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2023 wünscht der Bahnhofsvorstand von Pottenstein. Liebe Modellbahnfreunde, ich wünsche euch alles Gute, Gesundheit, Glück und alles, was man sich so wünschen kann für das neue Jahr. Kommt gut rein, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Ich hoffe, ihr habt Spaß auch an Weihnachten und dieser kleine Film, naja, sollte eine kleine Erheiterung sein. In dem Sinne, bis zum nächsten Jahr, macht's gut, tschüss!